Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide zum Fliegen in BFA präsentieren. Und zwar brauchen wir ja da einmal ein Achievement und das schimpft sich Pfadfinder von Battle for Azeroth Teil 2. Und für dieses brauchen wir insgesamt 5 Voraussetzungen. 3 der Voraussetzungen sind relativ schnell gemacht und zwar brauchen wir einmal Pfadfinder von BFA Teil 1. Das ist relativ einfach machbar und kann man auch schon seit 8.0 quasi erspielen. Darauf werde ich jetzt nicht im Detail eingehen. Da ist es halt auch so, dass man eine Story-Quest-Reihe durchspielen muss, dass man erkunden muss, dass man quasi die einzelnen Zonen durchspielen muss. Solche Geschichten dürften die meisten von euch schon erledigt haben. Und die anderen beiden größeren Punkte, die wir noch haben, sind jetzt einmal Mechagon erkunden und Nasiata erkunden. Und das traue ich euch auch so weit zu, dass wir das jetzt nicht im Detail uns anschauen werden. Worauf wir uns jetzt konzentrieren, sind die beiden Ruffraktionen. Und zwar einmal der Rostbolzen-Widerstand und die Anquana, beziehungsweise bei der Horde sind es die Entfesselten, die ihr auf Respekt vollbringen müsst. Wie könnt ihr das möglichst schnell machen? Also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen von vorne an. Ihr geht quasi nach Mechagon, beziehungsweise einmal nach Nasiata. Und dort habt ihr verschiedene Aktivitäten, die ihr erledigen könnt. Ihr könnt zum einen World-Quests machen, die überall aufploppen. Die bringen ihr ein bisschen Ruf, meistens 75. Dann gibt es Daily-Quests, die aufploppen. Die könnt ihr auch machen. Die normale Quest-Reihe. Diese ganzen Geschichten bringen im Endeffekt alles Ruf. Ihr solltet gucken, dass ihr jeden Tag einmal durch die komplette Zone lauft. Das habe ich jetzt immer gemacht, sowohl in Nasiata als auch hier in Mechagon. Denn es gibt versteckte Quests, beziehungsweise versteckte Dailies, die ihr einmal abholen könnt. Heißt, wenn ihr nicht einmal durch die ganze Zone gelaufen seid, könnte es sein, dass ihr was verpasst und dann ein, zwei Quests nicht mitmacht. Deswegen einfach einmal rumlaufen und das mitnehmen. Das nächste, was ich euch empfehlen kann, ist dann quasi Pet-Battle. Hört sich komisch an, ist aber relativ gut. Und zwar gibt es verschiedene Pet-Battle-Meister, sowohl auf Mechagon als auch auf Nasiata. Wir können jetzt mal reingucken, dafür gibt es auch ein Achievement, das ich schon erledigt habe. Und zwar haben wir das hier unter Kampf. Und dort gibt es zwei Erfolge. Einmal Mächtige Diener von Mechagon, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und wenn ihr die besiegt, dann ist es so, dass ihr 75 Ruf pro besiegten Gegner kriegt. Und zwar ist das eine einmalige Sache, aber es ist ein bisschen Ruf, den ihr bei Mechagon hochbekommt. Ihr könnt jetzt auch sagen, okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, denn es gibt auch noch eine World-Quest jeden Tag, wo ihr einen Pet-Battle-Meister besiegen müsst. Und dementsprechend bekommt ihr dann den Ruf vom Pet-Battle-Meister, den ihr einmalig kriegt, plus den nochmal für die World-Quest. Ich habe halt alle einfach direkt durchgezogen. Hier in Mechagon ist das nicht ganz so wichtig. Wichtiger wird die Geschichte in Nassiatar drüben, denn hier gibt es insgesamt 10 Pet-Battle-Meister und jeder Pet-Battle-Meister, nee, es gibt 12 Stück insgesamt. Und jeder Pet-Battle-Meister von diesen 12 Stück bringt euch 250 Ruf das erste Mal, wenn ihr ihn besiegt, auch ohne World-Quest. Heißt, es sind 3000 Ruf, die ihr durch diese Pet-Battle-Meister kriegt. Wo sind diese Pet-Battle-Meister? Und zwar gibt es da Koordinaten. Hier habe ich einmal auf WoW-Head das rausgesucht. Ich würde euch das einfach auch in die Infobox reinposten. Da haben wir einfach ein Add-on, das nennt sich TomTom. Und dann packt ihr quasi das hier in den Makro rein, drückt es und ihr habt dann so lustige Punkte auf der Karte. Ich kann euch das mal zeigen. Jetzt nehmen wir hier einfach mal den ersten und geben das jetzt mal hier in den Chat ein. Achso, ja, ihr müsst, Moment, ich kann euch das zeigen. Ihr macht, wenn ihr einen deutschen Client habt, das hier raus und gebt nur quasi den Y-Point ein. Jetzt habe ich auch so einen Pfeil auf der Karte, der mich quasi dann hinführt, beziehungsweise es wird mir auf der Map eingezeigt. Ich habe jetzt natürlich hier 10.000 Add-ons drauf, deswegen sieht man das schlecht, aber hier ist zum Beispiel der Typ. Und dann zeigt mir das Add-on auch gleich, wo ich hinfliegen muss. Ist eine ganz praktische Sache und kann das Pet-Battle dann beginnen. Hier vielleicht, also hier ist er, dann kann man gleich den da angreifen, beziehungsweise dann besiegen im Pet-Battle. Als kleinen Hinweis, die sind, manche sind nicht ganz einfach. Wenn ihr jetzt zwei grüne Pets, 1 auf 10 und 1 auf 15 habt, dann braucht ihr das nicht probieren. Ihr solltet zumindest ein paar 25er Pets haben und euch schon mal ein bisschen im Pet-Battle auskennen. Sonst könnte das relativ schwer werden. Sollte ich es vergessen, die in die Infobox zu packen, könnt ihr einfach hier bei den zwei Achievements nachgucken. Beziehungsweise nervt mich in den Kommentaren, dann poste ich es euch mit rein, falls ihr es vergessen solltet. Genau, das ist soweit das Erste, was ihr machen könnt. Questen, Dailies, World-Quests, Pet-Battle bringen alle ganz gut Ruf. Dann das Nächste, was ihr hier auf Mechagon noch machen könnt. Es gibt bestimmte Rare-Fische. Und zwar gibt es insgesamt, sind es 10 Rare-Fische. Und jeden Rare-Fisch könnt ihr einmal pro Tag bei einer Lady hier hinten abgeben. Und zwar bei dieser Angeltusse, die hier unten steht. Und die bringen euch 25 Ruf für den Rossbolzenwiderstand pro Tag. Heißt es, wenn ihr alle Fische abgibt, 250 Ruf, den ihr täglich extra machen könnt. Dauert aber relativ lang, bis ihr alle Fische geangelt habt. Ich habe etwa zwei Stunden gebraucht. Es gibt da auch ein Achievement. Und dazu habe ich auch ein Achievement-Guide gemacht, wo ihr diese Fische angeln könnt. Werde ich euch dann dementsprechend nochmal verlinken. So, das Nächste, was wir in Mechagon noch machen können, was auch nicht so viele Leute unbedingt wissen, ist eine Geschichte. Und zwar gibt es einen NPC, der einen Daily gibt. Und zwar Chromie. Die kennen wir schon aus vergangenen Expansions. Die hat ja immer sowas mit diesem Bronzern-Drachenschwarm zu tun. Und immer mit Zeitverschiebungsgeschichten. Da gab es ja auch schon mal in Dalaran ein Chromie-Szenario und andere Geschichten. Und hier ist es so, dass wir, wenn wir mit Chromie quatschen, in eine alternative Zeitlinie kommen, wo hier das Ganze zerstört wurde. Chromie steht normalerweise hier rum, gibt eine Daily. Und in der zeitverschobenen Zeitlinie gibt es quasi auch Dailies zu machen, die Ruf bringen. Interessanterweise gibt es ein Item in dieser anderen Zeitlinie, das ihr euch holen könnt. Und zwar heißt das persönlicher Zeitverschieber. Das könnt ihr euch bauen. Und wenn ihr das gebaut habt, könnt ihr immer in diese andere Zeit. Jetzt fragt ihr euch, was will ich in einer anderen Zeit, wenn die Dailies nicht sind. Naja, ihr könnt trotzdem da hingehen. Jetzt machen wir das mal. Und ihr seht, obwohl heute Chromie nicht da war und nicht diese Zeitlinie ist, sind in dieser anderen Zeitlinie immer Dailies. Heißt, ihr könnt hier jeden Tag hergehen und zwei extra Dailies machen. Und zwar müsst ihr einmal so Sachen sammeln. Und wenn ihr die erledigt habt, die erste Daily hier in der anderen Zeitlinie, kriegt ihr noch eine zweite. Beide zusammen bringen euch 250 Ruf. Und das könnt ihr jeden Tag extra machen. Und ich denke mal nicht, dass die meisten das wissen. Ich habe das einmal durch Zufall rausgebracht, weil ich einen Rare Mob hier in der anderen Zeitlinie gesucht habe. Für mein Rare Mob Achievement. Der nur hier da ist. Und dementsprechend, ja, habe ich dann gesehen, dass man jeden Tag diese Dailies machen kann. Sind 250 Ruf jeden Tag extra. Genau. Dann wären wir soweit in Mechagon durch. Das sind so die Wege, über die ich Ruf gesammelt habe. Wenn ihr noch natürlich irgendwas anderes habt, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ich was vergessen haben sollte. Dann gehen wir nach Nazjata rüber. Hier gibt es keine Fische zu angeln und auch keine alternative Zeitlinie. Aber es gibt hier verschiedene Mobs, die Ruf-Token droppen. Und zwar sind das Ruf-Token, die sowohl euren Ruf bei euren Anhängern verbessern, als auch euren Ruf bei den Ankuanern, beziehungsweise Entfesselten dann bei der Hordenden. Es sind insgesamt vier Bäume. Über die habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Auch das werde ich euch verlinken. Und ich erkläre euch, warum das relativ gut ist, was man hier bekommt. Ich kann euch jetzt kurz auf der Map zeigen, wo die in etwa sind. Und zwar haben wir einen von den Dudes, der steht irgendwo hier hinten. Hier hinten war der, glaube ich. Irgendwo hier oder... Ne, hier oben war der gestanden. Genau. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video. Da zeige ich das ausführlich. Dann haben wir einen hier oben. Dann haben wir einen, ich meine, hier unten war er. Und der letzte, der befindet sich hier. Das sind vier Bäume. Diese vier Bäume muss man über bestimmte Aktivitäten rausholen. Also die könnt ihr nicht anvisieren. Die wären quasi erst als Mob-Tage, also anvisierbar, wenn ihr quasi bestimmte Sachen ausführt. Man muss einen Mob hinziehen und töten. Man muss ein Pet hinziehen, dass er aktiv wird. Und wenn ihr die umboxt, kriegt ihr, wenn ihr Glück habt, einen Ruf-Token. Und das erhöht, wie gesagt, euren Ruf bei den Ankuanern oder den Fesseln direkt. Und noch zusätzlich bei euren Anhängern. Warum ist das mit den Anhängern hier wichtig? Und zwar, es gibt eine Quest, die ihr wahrscheinlich auch noch offen habt, dass ihr insgesamt 300 Anhängerruf hochballern müsst. Wenn ihr den Anhänger, äh, nee, 3000 sind es. Wenn ihr diesen Anhängerruf hochballert, diese 3000, dann kommt ihr zur finalen Questreihe, wo ihr bestimmt 10, 20 Quests habt, wo ihr relativ viel Ruf kriegt. Heißt, wenn ihr solche Ruf-Items bekommt, könnt ihr ja insgesamt 300 Anhängerruf bekommen, plus 350 normalen Ankuanerruf. Und habt dann relativ schnell diese Questreihe freigeschalten. Und die habt mir am Ende nochmal über 2000 Ruf gebracht. Heißt, das lohnt sich, dass man seine Anhänger schneller hochkriegt, die Quest freischaltet und dann nochmal extra Ruf bekommt. Und so bin ich relativ schnell da auf respektvoll willkommen. Genau. Jetzt bin ich am überlegen. Nee, ich glaube, das war soweit alles, was mir so an der Stelle einfällt. Ich habe von einer Kollegin gehört, dass man anscheinend durch diese normalen Bäume, die hier rumlaufen, auch kleine Ruf-Token bekommt. Ich habe bis jetzt keine gekriegt. Da könnt ihr ja mal nochmal gucken, ob da irgendwas dran ist. Ich weiß nicht, ob das eine gesicherte Info war. Wollte ich jetzt bloß nochmal erwähnt haben, dass wir es nicht vergessen. Genau. Das war es soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, in einem höflichen, netten Ton. Hilft, denke ich mal, allen weiter, dass wir auch schnell zum Fliegen kommen. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.